Hallo Internet, hier ist wieder Bekensack durch und willkommen zu meiner Review von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Der Harry Potter Film ohne Harry Potter. Was geht Potter? Deine Mutter. Wie immer rede ich jetzt erstmal Spoiler-Frei über den Film und wenn ich dann fertig bin mit meiner Bewertung, dann gehe ich in den Spoiler-Bereich. Ich weise euch dann später aber auch nochmal darauf hin. Okay, ich muss sagen, ich war bei dem Film am Anfang sehr skeptisch und ich meine wirklich sehr skeptisch. Ich habe mich auch auf den Film überhaupt nicht großartig gefreut. Ich wusste halt, der kommt irgendwie und klar, guckst du dir den an, aber so richtig gefreut oder so, habe ich mich auch gar nicht auf das Ding, weil ich halt von Anfang an davon ausgegangen bin, dass es halt nur ein dreister Cash-Grab ist, um halt die Milchkuh Harry Potter zu melken. Und ja, das ist zu einem gewissen Teil auch so, aber es ist nicht so schlimm, wie ich am Anfang vermutet habe. Ich meine, was für eine Erwartungshaltung kann man denn haben, wenn man weiß, dass sie diesen Film, also Fantastische Tierwesen, drehen, ohne eine richtige Grundlage zu haben. Dass sie diesen Film nicht von einem Roman verfilmen, wie sie es bei den ganzen anderen Harry Potter-Filmen gemacht haben, sondern dass sie da ein fiktives Lexikon verfilmen. Ein Lexikon. Ah, ich habe da eine Millionen-Dollar-Idee. Ich verfilme den Pons. Und wenn ich damit fertig bin, dann nehme ich den direkter Weltatlas. Aber tatsächlich ist es so, dass J.K. Rowling, die Autorin der Harry Potter-Bücher, tatsächlich das Drehbuch für diesen Film geschrieben hat und auch auf lange Sicht gesehen das Ganze als ein neues oder zweites Harry Potter-Franchise angelegt wird. Und deswegen muss man schon sagen, dass sie mit der notwendigen Sorgfalt an das Ganze rangehen und auch angefangen haben, eine anständige Geschichte, um dieses neue Franchise jetzt drumherum zu bauen. Der Film beschäftigt sich also überhaupt nicht mit Harry Potter, denn der Film spielt tatsächlich 1926 in Amerika. Das heißt, zu dieser Zeit war noch nicht mal Harry, sondern selbst sein Vater nur ein Funkeln im Auge seines Großvaters. Und deswegen taucht der Harry da auch nicht auf. Wer steht jetzt auf meiner Liste? Ah, da ist noch der kleine Harry. Der wird sich bestimmt freuen. Der Film dreht sich also um Newt Scavander, dem Autor dieses fiktiven Lexikons oder dieser fiktiven Enzyklopädie. Wir haben also einen komplett neuen Hauptcharakter und deswegen könnte man die Vermutung anstellen, dass es am Anfang vielleicht ein bisschen holprig ist, bis die Story dann wirklich ihre Fahrt aufnimmt. Und jo, das ist tatsächlich so. Ich fand gerade den Anfang des Films richtig, richtig anstrengend und hart langweilig. Zwischenzeitlich habe ich mir tatsächlich gedacht, hör mal, wenn das jetzt so weitergeht, dann, dann bin ich aber ganz schön muckelig. Und ja, die erste halbe Stunde oder dreiviertel Stunde des Films zieht sich wie ekelhafter Kaugummi und ist echt ermüdend. Aber zum Glück wird es danach deutlich, deutlich besser. Die erste Hälfte ist halt zum Teil auch so anstrengend, weil alle neu eingeführten Charaktere einfach am Anfang sehr blass sind und sehr nichtssagend. Und auch meines Erachtens nach zumindest nicht besonders sympathisch. Bei einigen ändert sich das mit der Zeit, dann wird der Film auch ein bisschen besser. Aber leider ist es bei vielen Charakteren auch so, dass sich da nicht viel tut. Außer Newt hat man nicht wirklich Charaktere, die irgendwie hervorstechen. Alle sind eigentlich relativ austauschbar. Und der einzige Lichtblick ist der Muggle oder, Entschuldigung, man sagt ja jetzt nicht mehr Muggle oder Muggel. Man sagt jetzt richtig Neudeutsch und cool, No Match. Wirklich, ich habe keine Ahnung, warum das notwendig war, das Wort Muggle oder Muggle zu No Match für die USA zu ändern. Was ist falsch an dem Wort? Muss cool klingern scheint. Außer ihm gibt es da nicht so richtig, wirklich interessante oder spaßige Charaktere. Jetzt gar nicht mehr darum, weil sie lustige oder bescheuerte Dinge machen, sondern auch einfach, weil sie interessant sind oder man einfach mehr über die erfahren würde. Gibt es nicht wirklich andere Charaktere außer Newt und Kowalski. Ich meine selbst der 0815-Frauens-Sidekick-Charakter, der für den Hauptcharakter einfach halt so ein Nebendarsteller sein, um ihn auf seiner Reise zu unterstützen. Selbst der ist sowas von nichtssagend und nervig und die gute, äh, Porpentina. Ja, ich musste den Namen echt nochmal googeln und mir aufschreiben, weil ich aus dem Film heraus nichts von der Alten mitgenommen habe. Also selbst Porpentina, durch deren Augen wir Newt näher kennenlernen sollen, ist, finde ich, total langweilig und auch echt nervig zum Teil. Und es ist einfach kein besonders guter, interessanter oder spaßiger Cast an Charakteren. Was den Film dann aber Gott sei Dank aufwertet und meiner Meinung nach auch tatsächlich rettet, sind die titelgebenden Tierwesen. Die nämlich genau so, wie man es sich aus der Harry Potter Welt heraus vorstellt, wirklich spannend, interessant, ungewöhnlich lustig und einfach originell sind. Es gibt da wirklich einige Tiere, die einfach voller Fantasie strotzen und die ich so, ähm, noch nie zuvor in irgendeinem anderen Medium gesehen habe oder mir hätte vorstellen können, dass es ja so eine Kreatur gibt. Also da gibt es wirklich schon ein, zwei Sachen, die wirklich cool sind, aber für einen Film, um den es eigentlich um diese Tierwesen gehen sollte, ist dann die Rolle dieser Tierwesen tatsächlich doch geringer als gedacht. Die Handlung konzentriert sich tatsächlich viel mehr auf die amerikanische Zauberergesellschaft, beziehungsweise die Parallelgesellschaft zwischen den Zauberern und den No-Matches. Und, ähm, wie die halt miteinander klarkommen oder eben nicht. Und das muss ich sagen, macht vielleicht aus einem erzählerischen Sichtpunkt tatsächlich, ähm, wirklich Sinn. Denn wir haben in den vergangenen Harry Potter Filmen nie so richtig viel von dem Zusammenspiel von Zauberern und Muggeln gesehen. Das wird natürlich in den Büchern, ähm, viel weiter ausgeführt, nur leider war meistens bei den Filmen einfach nicht so viel Platz dafür. Deswegen hat man, glaube ich, hier die Chance genutzt und versucht, dieses Problem einfach zwischen der Zaubererwelt und zwischen der, ähm, Muggelwelt einfach mal darzustellen, wo es da zu Reibungen kommt und so weiter. Aber während versucht wird, diese unterschiedlichen Gesellschaften darzustellen, fehlt mir persönlich tatsächlich einfach, und entschuldigt das Wortspiel, der Zauber bei der ganzen Sache. Wenn ihr an das Zuhause eines Zauberers in der Harry Potter Welt denkt, an was denkt ihr? Ich gebe euch jetzt so circa drei Sekunden. Okay, ihr denkt wahrscheinlich an so ein bisschen urig eingerichtet, alles sehr altmodisch, aber total gemütlich irgendwie. Da ist ein Feuer mitten im Kamin, da prasselt irgendwie so ein Kessel und da liegen irgendwie, äh, Wollrecken und sowas. Und da hängen komische, urige Sachen an den Wänden, vielleicht irgendwie sich so ein bewegendes Bild und irgendwie sowas. Das stellt ihr euch doch bestimmt vor. Denn das ist genau das, wie uns die Zaubererwelt zumindest in London in der Zeit von Harry Potter halt dargestellt wurde. Und natürlich ist auch logisch, dass die Zaubererwelt in diesem Film, da der hier in der USA spielt und circa 80 Jahre in der Vergangenheit, ähm, einfach vielleicht ein bisschen anders ist. Kulturelle Unterschiede und zeitliche Unterschiede sind ja ganz natürlich. Ich erwarte nicht, dass das genauso aussieht wie dort. Aber gerade das hätte man noch nutzen können, um die Zaubererwelt dort, ähm, stärker ein eigenes Gesicht zu geben. Wenn man sich anguckt, wie die Zaubererwelt, wirklich der Zauberer innerhalb von New York aussieht, dann sieht die eigentlich ganz genauso aus, wie die von den Muggeln. Und ja, das ist recht langweilig. Es gab da tatsächlich, glaube ich, nur eine Szene, wenn ich mich recht erinnere, wo man diese typischen zwei Seiten, ähm, die man von Harry Potter kennt, sieht. Nämlich relativ am Anfang des Films, wo Newt in das Zaubereiministerium der USA geht, wenn es so hieß. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Name jetzt war. Aber da sieht man halt, dass wenn die Muggel durchgehen, dass es ein stinknormales Gebäude ist. Und wenn er da halt durchgeht durch den Seiteneingang, dass er dann auf einmal in diesem Zaubereiding ins Bums steht. Und das ist ja eigentlich etwas, was so typisch für Harry Potter ist, was das Ganze ja so interessant und besonders macht. Dass normale Landschaften, normale Orte, die für das Muggelauge komplett 0,15 aussehen, sich auf einmal in was komplett anderes verwandeln oder eine andere Seite offenbaren, wenn ein Zauberer dabei ist. Und genau das gibt nämlich eigentlich dem Zuschauer so ein schönes Gefühl, dass nämlich um einem herum überall Magie sein könnte. Denn man ist ja ein Muggel und kann deswegen diese magischen Sachen überhaupt nicht sehen. Aber hier bei Fantastische Tierwesen war es so, dass es solche Orte und solche Dinge eigentlich überhaupt nicht gab. Und das habe ich halt echt krass vermisst. Denn dadurch sieht man eigentlich schon eine Parallelgesellschaft, die aber eigentlich gar nicht so richtig unterschiedlich an anderen vorbeiläuft. Denn sie wohnen gleich, sie verhalten sich gleich. Der einzige Unterschied ist, die anderen können irgendwie rumzaubern. Expecto Patronum! Und die anderen halt nicht. Um die ganzen Potterheads, so nennt man Hardcore Harry Potter Fans, beziehungsweise so nennen sie sich selber, um diese zufriedenzustellen, hat man trotzdem versucht, jede Menge Easter Eggs einzubauen in dem Film. Wobei ich sagen muss, so beeindruckend fand ich die nicht. Das meiste davon ist halt eigentlich nur so ein bisschen Name-Dropping, wie das ein paar Mal der Name von Albus Dumbledore fehlt. Oder das halt mal Hogwarts erwähnt wird. Oder der Begriff Squibb. Oder einfach Quidditch. Oder auch die Heiligtümer des Todes. Interessanter finde ich dann tatsächlich die Easter Eggs, die auch physisch wirklich in dem Film anwesend sind. Wie zum Beispiel, dass Newt einen Hufflepuff-Schal trägt, weil er einfach in seiner Zeit in Hogwarts in Hufflepuff war. Hufflepuffs are particularly good finders. What the hell is a Hufflepuff? Oder dass Hauselfen da waren. Oder die Nutzung eines Dengariums. Oder tatsächlich hin und wieder verstecktere Easter Eggs, die man vielleicht auch wirklich nur dann versteht, wenn man sich wirklich mit der Materie ein bisschen beschäftigt hat. Wie das zum Beispiel das Fell des Dedigeys, dieses Affen-Urang-Utan-Eulen-Ding, was sich unsichtbar machen kann, dazu benutzt wird in der Harry-Potter-Welt, um Unsichtbarkeitsumhänge herzustellen. Die ja eigentlich auch in der Harry-Potter-Welt was echt seltenes sind. Trotz allem haben sich diese Easter Eggs bei mir aber eher so angefühlt, so nach dem Motto, ja, wir müssen da irgendwie so was machen, weil sonst hat das keinen Bezug zu dem anderen Kram. Auch wenn ich die meisten Easter Eggs bemerkt habe, waren die für mich nicht so wirklich zufriedenstellend einfach. Ich weiß nicht. Das hört sich ja jetzt alles, glaube ich, ziemlich negativ an, was ich über diesen Film sage, oder? Zumindest kommt das, glaube ich, bei euch so rüber. Wäre das Ende des Films nicht so, wie das Ende tatsächlich ist, will ich den Film wahrscheinlich auch hart haten. Aber tatsächlich hat das Ende bei mir noch mal einiges rausgerissen, weil ich zwar gewisse Teile des Endes erwartet habe, aber nicht so, wie sie passiert sind. Und das hat für mich den Film noch mal deutlich aufgewertet. Aber darüber kann ich halt erst im Spoiler-Bereich mit euch reden. Und deswegen kommen wir jetzt schon zur Bewertung. Der Film fühlt sich an wie das Ventil, um die Cash Cow Harry Potter zu melken. Und das ist er, glaube ich, auch so ein bisschen. Aber trotzdem muss ich sagen, läuft alles viel besser als erwartet. Der Anfang des Films ist recht zäh. Die Charaktere in dem Film, zumindest die meisten Charaktere, sind nicht sonderlich spannend. Aber das alles wird wieder gut wettgemacht durch die fantastischen Tierwesen, um die es tatsächlich eigentlich in dem Film geht. Denn die sind echt cool in Szene gesetzt. Die sind wirklich originell. Die strotzen nur vor Fantasie. Und das ist einfach nur pure Eye-Candy. Es gibt einige Easter Eggs, auch wenn diese nicht wirklich mindblowing sind, zumindest nicht für mich, gibt es dennoch ein ganz bestimmtes, was wirklich cool ist. Und was ich mir für den Spoiler-Bereich noch aufgehoben habe. Das erzähle ich euch gleich aber. Aber trotzdem schaffen es diese Easter Eggs nicht, darüber hinweg zu täuschen, dass diese eigentlich krasse Zaubererwelt, die in den vorigen Harry-Potter-Filmen immer so wunderbar dargestellt wurde und so wunderbar detailverliebt war, irgendwie hier so ein bisschen abhanden kommt oder nicht so präsent ist, wie man es eigentlich gewohnt ist. Solltet ihr euch also diesen Film ansehen? Ich würde sagen, könnte er machen, müsste er aber nicht. Richtige, richtige Harry-Potter-Fans werden sich den Film natürlich auf jeden Fall angucken. Leute, die einen Harry-Potter-Film erwarten und dann das zu sehen bekommen, sind vielleicht ein bisschen enttäuscht oder die interessiert es vielleicht auch einfach nicht. Es ist de facto jetzt kein schlechter Film. Auf gar keinen Fall. Nein, echt nicht. Aber es ist halt auch kein besonders guter Film. Es ist einfach nur so Fantasy-Mittelmaß, was jetzt irgendwie nicht wirklich was krass Besonderes macht. Deswegen müsst ihr selber entscheiden. Könnt ihr euch mal angucken, aber müsst ihr eigentlich. Wutschneedewutschneed. Spoileros Maximus. Hier nochmal wegen der Popel Bettina da. Am Ende steht die sich und Newt, die steht sich gegenüber und auf einmal heißt es so, boah, ich lieb dich total. Ja, ich weiß, wir sind voll in love. Und ich denke mir einfach nur so, wo kommt das denn jetzt bitte her? Ja, also das war so richtig, wir müssen, wir sind Hollywood und wir müssen das jetzt irgendwie mit so einer Liebesgeschichte oder irgendwie so einem Hauchromantik unbedingt beenden. Ansonsten passt das nicht in unser Filmschema, F. Das war echt, das wirkte einfach sehr deplatziert, weil die beiden waren zwar irgendwie Kameraden in dem Film und die gute Frau hatte auch so ein bisschen Probleme, weil sie früher mal in einem Aurora war und dann wegen irgendeiner Scheiße degradiert wurde. Und es ging eigentlich im Prinzip nur die ganze Zeit darum, dass diese Frau versucht, sich ihre gesellschaftliche Stellung oder die Stellung auf ihrem Arbeitsplatz sich zurück zu erkämpfen. Ja, wieder einen anständigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, was sie eigentlich in den Grundzügen zu einem starken Charakter macht. Und dann degradiert man sie am Ende des Films dazu, dass sie jetzt einfach nur noch das Tussi-Mädchen von der Hauptperson ist. Und obwohl es dafür auch vorher keine Anzeichen gab. Also ich finde es okay, wenn man das macht und man das halt über den Film überaufbaut. Aber bei den beiden war halt irgendwie absolut Neuromantik irgendwie in der Luft, finde ich, nach meinem Finden. Und am Ende stehen die da auf einmal. Das war einfach komisch. Weil vor allem ja auch ihre Schwester ihn eigentlich darauf hinweist, hey, was ist denn das da für ein Mädchen, wo du das Foto da stehen lachst und so weiter. Und eigentlich, wenn überhaupt, also da war es auch nicht wirklich so, aber wenn überhaupt, zwischen den beiden eher so ein bisschen was in der Luft liegt. Aber nicht zwischen ihm und der Petunia-Tina da. Keine Ahnung. Also, das war merkwürdig. Motherfucking Grindelwald! Ach, Gott sei Dank, Grindelwald. Ich habe mich am Anfang tierisch über diesen Film aufgeregt und habe auch gesagt, ah, das ist doch nur Geldschneiderei. Warum machen die so eine Scheiße, dass sie jetzt ein Lexikon verfilmen, ja? Die haben so viel in der Vergangenheit der Harry-Potter-Welt, was sie noch verfilmen könnten, was sie noch zeigen könnten. Die ganze Sache mit Dumbledore, die ganze Sache mit Grindelwald, die ganze Sache mit Voldemort, wie er zu seiner Kraft kam, wie er wirklich die Eltern von Harry Potter umgebracht hat. Das alles können sie noch erzählen. Und sie entscheiden sich dafür, ein Lexikon zu verfilmen. Und ich dachte mir wirklich so, die sind doch komplett bescheuert. Warum macht man sowas? Aber dann habe ich ja jetzt in dem Film tatsächlich gesehen, dass es doch daraus hinausläuft, dass Grindelwald die treibende Kraft in diesem gesamten neuen Harry-Potter-Franchise ist. Und das ist echt gut. Und ich wusste vorher schon, dass irgendwie eine Referenz auf Grindelwald da sein wird. Zumal man ja auch auf dem Probe-Material vorher schon das Zeichen der Heiligtümer des Todes gesehen hat. Und ich hätte aber nicht erwartet, dass Grindelwald am Ende dann tatsächlich so schon im Film ist. Da habe ich mir schon gedacht, dass Will Ferrell, ich weiß jetzt gerade wieder nicht, wie die Rolle von ihm hieß, dass der für Grindelwald arbeitet. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er tatsächlich selber Grindelwald ist. Und dann ist Grindelwald selber auch tatsächlich einfach fucking Johnny Depp. Hätte ich halt auch nicht so gedacht. Also fand ich verdammt cool. Also ich freue mich jetzt richtig. Und man muss ja auch sagen, dass das Drehbuch zu diesem Film komplett von J.K. Rowling geschrieben wurde, die ja auch die Harry Potter Bücher geschrieben hat. Und sie haben jetzt schon angekündigt, dass noch, ich glaube, fünf weitere Filme kommen werden. Und in diesen fünf weiteren Filmen, beginnend mit dem nächsten, also dem zweiten, der da jetzt kommt, wird auch Newt Scavander eine deutlich kleinere Rolle haben, wenn er überhaupt großartig auftaucht. Also die fokussieren sich jetzt wohl wirklich auf Grindelwald und auf Dumbledore. Der junge Dumbledore, der muss noch gecastet werden. Aber da gibt es auf jeden Fall krass großes Potenzial. Und nur deswegen freue ich mich. Also ich traue auch nicht den Charakteren, die wir jetzt halt gesehen haben, auch nicht hinterher. Ich bin so ein bisschen froh, dass sie dann wahrscheinlich weg sind. Und freue mich aber einfach darauf, diesen Showdown zwischen Dumbledore und Grindelwald zu sehen. Denn wenn man sich mit der Geschichte von der Harry Potter Welt so ein bisschen auskennt, dann weiß man gegebenenfalls, dass Dumbledore und Grindelwald mal die größten Homies waren. Und dass Grindelwald für Dumbledore tatsächlich auch mehr war als sein Homie. Denn Dumbledore ist tatsächlich, das ist bestätigt, das ist Kanon, Dumbledore war homosexuell, schwul und war in Grindelwald halt eine Zeit lang echt krass verknallt. Und das ist halt sehr, 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 sehr interessant, das dann mal hoffentlich anständig auf der Leinwand zu sehen, weil du da diese extrem krassen Zauberer hast. Und der eine, Dumbledore, eigentlich ein guter ist, der hilft dem Bösen, Grindelwald, zum Teil grenzwertige Dinge zu tun, weil er ihnen verknallt ist und weil Grindelwald ihn halt die ganze Zeit belabert. Und am Ende gipfelt das dann halt, das wissen wir halt auch schon aus den Büchern soweit, in einem komplett krass epischen Kampf, der selbst für Harry Potter-Weltstandards wohl der krasseste Zaubererkampf gewesen ist, den es jemals gab. Und in dessen Zuge wohl auch Dumbledores Schwester stirbt, weswegen Dumbledores älterer Bruder auch einen krassen Hass auf Dumbledore schiebt und lest ja nicht am besten selber nochmal durch, wie das da damals war. Aber auf jeden Fall ist wohl in den Kampf zwischen Dumbledore und Grindelwald und Dumbledores Bruder, die Schwester von den Dumbledores, umgekommen. Und ja, ich glaube, das könnte ein ganz emotionaler, ganz krasser, cooler Film werden. Also generell die nächsten Filme, weil das muss jetzt erstmal aufgebaut werden. Und das ist tatsächlich das Einzige, was den Film halt krass für mich aufwertet. Weil ich halt einfach weiß, dass das die Grundlage ist, dass da jetzt noch sehr viel mehr kommt. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, wenn jetzt alleine schon die Charaktere, wie Newt und so weiter, in den nächsten Filmen nur noch kleinere Rollen bekommen, wenn sie überhaupt noch auftauchen, hätte man sich jetzt diesen ersten Film tatsächlich, glaube ich, schon komplett schenken können. Weil wenn die sowieso nicht mehr auftauchen, dann fehlt einem, glaube ich, auch nichts Essentielles aus diesem Film jetzt. Außer, dass am Ende halt Grindelwald da war. Aber gut, das sehen wir, wenn es soweit ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Grindelwald jetzt da ist. Und ich hatte euch ja noch ein kleines Easter Egg versprochen. Tatsächlich ist es so, dass Newt Scavander zu der Zeit von Harry Potter selbst später noch am Leben ist und in Hogwarts war. Ihr seht nämlich tatsächlich in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, dass Newt Scavander in dem Büro von Albus Dumbledore ist. Zu diesem Zeitpunkt ist der Gute also mehr als 118 Jahre alt. Und J.K. Rowling hat auch schon bestätigt, dass das so ist, beziehungsweise dass das so sein soll. Warum der Gute so alt geworden ist und warum er dann da während der Zeit von dem Gefangenen von Azkaban in Hogwarts ist und sich mit Dumbledore unterhält. Keine Ahnung, werden wir noch sehen. Aber J.K. Rowling hat schon angedeutet auf Twitter, dass das Ganze irgendwann in den Filmen aufgeklärt wird. Und wisst ihr, ich denke, hier ist einfach Potenzial da tatsächlich oder ich erwarte jetzt einfach, dass sie mit diesen fünf kommenden Filmen, weil was will man sonst in ganzen fünf weiteren Filmen großartig für eine Geschichte erzählen, dass man da zum einen sehen, wird, wie Dumbledore und Grindelwald sich auf die Fresse hauen und dann auch wie Voldemort zu dem Zauberer Hitler wird, wenn ihr so wollt und dann vielleicht auch wirklich nochmal später eine Geschichte erzählt, die sich parallel zu den Harry Potter Filmen aus einer ganz anderen Perspektive abspielen, wo wir erstmal sehen müssen, wo das Ganze hinläuft. Aber ich bin jetzt echt gespannt. Alleine dieses bescheuerte Easter Egg hat mich so ein bisschen gehypt und ich bin eigentlich guter Dinge, dass die nächsten Filme besser werden als dieser doch recht sehr, sehr mittelmäßige Film. Das war's von mir. Mich interessiert es natürlich wie immer, was haltet ihr von dem Film? Fandet ihr den auch so zäh wie ich? Fandet ihr die Charaktere auch so langweilig? Oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Meinung? Sagt ihr, was hat so ein Film-Problem, du Spasti? Ich fand den Film total gut. Ich bin jetzt hier der Newt-Fanboy Number One und ich weiß nicht, was du hattest. Ich fand den Film super. Also mich interessiert es, was ihr von dem Film haltet. Schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare. Ich bemühe mich wieder auf jeden einzelnen Kommentar zu antworten und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked und teilt es doch bitte. Das hilft mir besonders und bis zum nächsten Mal sage ich Haunse, Baunse! Inspecto Patronum! Inspecto Patronum! Inspecto Patronum! Inspecto Patronum! Inspecto Patronum!